hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge lord of the fallen ja wir sind ja immer noch massivst am vereifeln weil wir immer noch an der gleichen stelle sind mal wieder eigentlich ist die stelle auch gar nicht so schwer aber irgendwie tue ich mich ja genau das sind so die punkte wo ich mich dann anfange schwer zu tun warum auch immer ein feuer widerstand splitter habe ich wirklich sehr schön warum auch immer ich mich hier so schwer tue sind keine gegner die jetzt übermäßig stark sind warum ich mich auch vor allem gegen die linien so doof anstelle das weiß ich natürlich auch nicht das ist mir ein absolutes rätsel ach so ich wollte ja was entscheiden nutze ja momentan das schild nicht und da war halt meine überlegen ob ich nicht einfach mal ein leichtes nehmen allein um schneller zu sein wie zum beispiel dieses faustschild hat nur 0,5 gegen 1,5 das ist einmal ein ein was auch immer gehe mal von kilogramm aus schwerer mehr leichter was sieht das dadurch aus andere seite hund und schon habe ich wieder mein ziel vor augen vergessen komm mal her köterchen alter leck mir die pommes das kann nicht wahr sein das kann nicht absolut nicht wahr sein was hier passiert das ist die hölle ne das muss die hölle sein die absolute hölle auf erden backstabben ist ja auch nicht drin whatever whatever er jetzt auch hier rumtritt hakin man warum trittst du denn rum hau doch einfach mal mit deinem ollen scheiß pimmelstab da drauf meine herren gesangsverein schön jede menge seelen verloren traumhaft traumhaft nämlich hat der backstab funktioniert naja wenn ich so weitermache habe ich aber auch genug für meinen phasenwechsel boing kein bock hinzu rennen so snack weg snack weg snack weg an dem köter vorbei was denn weg scheiße da ist auch manchmal echt hier zu mäuse melken ne da kannst du machen was du willst der geht wieder vorbei es gibt mir zwar keinen wirklichen taktischen vorteil aber naja nein ich hasse mich ich hasse mein leben ich hasse dieses spiel so was mach ich nur falsch ich muss mal echt in mich gehen aber jetzt muss ich erstmal mir meine seelen besorgen immerhin über 500 oder so die kann ich nie auf mir sitzen lassen die kann ich nie auf mir sitzen lassen vorher glauben genommen irgendwie diesen tinniskopter diesen wie heißt er paladin oder was auch immer als staat klasse nehmen 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 abgeben 3700 bis zum nächsten klister alter ich raste aus ich raste aus das wird ja immer schlimmer wir haben unser Hund weg Zauber ist bereit, das ist schön. Ich noch nicht. Ach, Böter. Zwei Schläge, äh, schwere Schläge, war da irgendwas? Nein, ne? Gut. Zwei Schläge, schläge Schere, schwere Schläge mit dem Stab. Eins, zwei. 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 Er wirft eine Bärenfalle. Kann ich auch. Prost. Aber so ein Aufladschlacht kann man auch nicht machen, ne? Schade, schade. War nur so eine Idee von mir. So, Kollege, jetzt du. Also muss ich da oben an diesem komischen Vieh vorbei. Wahrscheinlich gar keine andere Wahl zu haben. So ein Mist. Ich schaue mich immer wieder darin durchkämpfen zu müssen. Boom, erstes erledigt. Ich lade mich erstmal auf. Und nochmal, man hat ja auch den Multiplikator, ne? Das heißt quasi, je mehr Seelen ich besitze, desto mehr bekomme ich auch. Von den Gegnern. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ein bisschen warten, ein bisschen warten, ein bisschen warten. Den Dolchen wäre ich jetzt da so durchgesägt, ne? Zack, zack, zack. Und der wäre erledigt gewesen. Und der Kollege schnell schub. Kommt los mit. Kommt los mit. Kommt los mit. Kommt los mit. Magie juckt ihn jetzt nicht wirklich. Peng. du schnaufst meine herr sich an wie ich auf dem weg zum keine ahnung so nächster linia wo noch nicht gespornt die ich den backstep ich den backstep es geht im backstep schön smooth bleiben bam bam backstep riskiert tier puh alter drecksack yes ja was war das keine ahnung ok jetzt ist wieder drüben was auch immer es ist das sieht fies aus und ich trau mich ehrlich gesagt gar nicht da bist du für den der für uns eintrat der hat ja wenn er so geendet hat hat er jetzt ja nichts viel gebracht nicht vor allem nichts viele nicht für uns hier ist hier was ist nix an jente sonst habe ich da schon alles durchsucht aber jetzt bin ich meine seelen zurück das wird mir zu heikel dass ich den auf jeden fall drauf gehe dass ich hier meine seelen erst mal zurück bringen beziehungsweise meine erfahrungspunkte in diesem spiel glaube immer schön auf den glauben sie sagt man auch so schön der glaube versetzt berge dann bin ich immer gespannt auf dem phasen wechsel wirklich so eine geile nummer ist so was bist denn du vor allem weiß ich nicht wie die besiegen soll vielleicht kann ich schon mal backsteppen das wäre schon mal eine option vor allem kannst du auch kollege ist ja nett so hart bist du gar nicht so hart bist du gar nicht du bist zwar hart aber nicht so hart ich will durch ich will durch und muss ich erst mal wieder dahin kämpfen ich freue mich ich freue mich so stetig und leise das ist natürlich auch eine doofe stelle dass man sich hier durch so viele gegner nochmal kämpfen muss um mit dem dicken da zu kommen ich hoffe das ist auch nur ein einmaliger gegner wie der tyrann das wäre natürlich echt knorkel wenn dem so wäre so zweiter hund mal wieder dann kommen hier bello er ledig und eigentlich auch kommt aus beiden schlägen machen dringen daselo her kommt über hier auch bärenfalle jetzt nur mit der bären kollege noch da wir wollen wir daneben schießt wir sind voll pro kubble dies dies die für geräusche machen wenn die sterben übel ich hätte warten können verdammt hätte ich machen können jetzt habe ich ja zeit ist der hier ist dann das ja bei alle bei aller liebe aufladen ein bisschen kanalisieren bisschen meditatieren meditatieren gemerkt was für scheißen viele versprecher ich habe krass oder jetzt sollte ich mich einfach nur mal versuchen mehr zu konzentrieren damit es wird auch mit dem spiel hier besser klappen das war jetzt ein spaziergang oder mein lieblings gegner der große ninja man auf ninja dann kann ich eben die ich kann dir nicht ich kann mich anwesend weil ich hier nicht über das steinchen drüber kommen kann wahrscheinlich ist das mein problem so 19 minuten haben wir jetzt hinter uns gebracht ich hole mal schnell mal meine seelen und dann geht es weiter an dieser verfickten scheiß stelle mehr bam so hat der kröter mich aufgegeben natürlich nicht aber auch nicht weil er viel zu schnell ist das ist ein turboköter ich habe mal was von dem berühmten turboköter gehört der gehört zu flash gelegt aber wenigstens an einer vernünftigen stelle dass ich mir einfach nur die seelen wegsnecken muss alter schwede ich glaube ich muss mal fünf minuten in mich gehen bis eh vorwegen gute stelle am arsch was soll das muss ich mir auch noch backstabben jetzt komme ich hier nicht weit so gebackste so seelen her geben wir mal souls so abgeben spielchen kennen wir ja bereits Punkte sammeln 4700 Alter es dauert so lange bis ich meinen Phasenwechsel habe wegen dem Phasenwechsel kann ich mich hier aber auch nicht aufhalten naja aber egal wir bleiben noch ein bisschen hier weil wir wollen weil es hier schön ist und weil wir keine Wahl haben und ich sage tschüss bis zum nächsten mal bye